kopf könnte auch bedeuten dass wir einmal im kreis laufen kopf und da zurück könnten wir auch noch machen ja laden hier erst noch einmal futtern dann gehen wir mal hier hin gucken mal was da ist und wenn da auch nichts ist dann gehen wir da lang weil daran sind wir schon gegangen ja so ist noch ein bisschen was die noch etwas mehr hunger haben und dann erst mal wieder hoch überschreibe ich den spielstand einfach mal was muss ich jedes mal neu essen wenn ich hier lade also der kopf hier war schon mal wieder eine finte hier David? Gott. Gehen wir mal hier lang. Wieder der Sackgasse oder... ...ein Weg. Ein Weg auf jeden Fall, aber wohin? Das nächste ist auf jeden Fall nicht in der Mitte der Karte. Noch nicht. Noch nicht. Der Weg hier ist wieder lang und karg. Der Weg hier ist wieder lang. Ich fühle mich wieder irgendwo nach da oben zu einer Abzweigung. Moment mal, hier bin ich schon lang gegangen. Da habe ich nämlich gemeint, das führt mich zurück zu dem hier. Aber tut es nicht. Okay, dann nehmen wir halt mal den Weg. Ja will. Ja will. Ja will. Ja will. hier ist auch wieder alles ist es wieder der weg hier das war der weg hier drüben irgendwie kann ergeblich langsam auf durch zu blicken wo wir hin müssen weil das ist der weg hat nichts gemacht wisst ihr was ich unterbreche mal kurz und dann sehen wir uns gleich wieder so da sind wir wieder ich habe jetzt einfach mal nachgeguckt und habe auch einen passenden spielstand geladen wo wir am nächsten am schamanen sind und von hier aus gehen wir jetzt dorthin mit speed wir hätten nämlich noch viel länger durch diese höhle irgen können habe ich allerdings keine lust drauf den lassen wir einfach mal ziehen wenn er uns vorbeiläuft so wir müssen noch ein stück laufen auf jeden fall und 100 prozent gemerkt habe ich mit dem weg jetzt auch nicht und ich glaube wir müssen da unten lang so ewig lang durch diese höhle geirrt zweieinhalb aufnahme session ok zweieinhalb waren es nicht aber zwei über zwei aufnahme sessions auf jeden fall nur um am ziel vorbeizulaufen jauhle 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 wobei ich mir jetzt gerade nicht sicher bin ich glaube ich glaube schon wieder falsch ich hätte doch hier hoch müssen oder ist hier doch richtig na könnte richtig sein ja 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 wir werden verfolgt ich werde darum schneller aufzustehen und euch schneller zu bewegen. Ich glaube, aber ich bin wirklich falsch abgebaut. Ich glaube, ich hätte hier rum, äh, nee, halt hier hoch sollen. Oder da runter. Das werden wir gleich sehen. Hm. Aber auf jeden Fall wissen wir jetzt, wo wir hin müssen. Und ja, wenn wir vor Ende es nicht geschafft haben, den Ort zu finden, dann decke ich für euch auch mal die Karte mit auf, damit ihr mit mir zusammen sehen könnt, wie unfähig ich bin. Ja, weil ich glaube, wir sind hier jetzt wieder zu weit abseits. Oder? 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 Ja, wir Ihr staut Ihr staut Ihr staut Ihr staut Ihr wirst ja eigentlich ja wir sind wieder zu weit oben also lad ich den spielstand nein den spielstand da müssen wir doch da oben lang ja speed